Oh, bei mir noch einmal hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz kleine Folge, weil der Rest von dieser Folge, also quasi der Anfang, zerstört ist. Kaputt. Meine OBS ist gecrasht und ich hab's sehr spät erst mitgekriegt, gemerkt, weil ich so ins Spiel vertieft war. Ist die Datei komplett im Arsch? Ja, die Datei war komplett im Arsch. Ah. Deshalb gibt's heute nur eine kleine Folge. Ähm, und ich hab, äh, und ich hab aber noch ein Thumbnail gemacht. Ich hoffe, dass, äh, äh... Ich hoffe, das ist gespeichert, weil die sind immer noch hinweg. Ja, ja, das ist gespeichert. Das Thumbnail ist gespeichert, äh, weil unsere Mobfarm, äh, da hat sich ja keiner mehr drum gekümmert. Gibt ein Problem. Die ist, ja, ich weiß, ME-System ist voll. Jung, Alter, das ME-System ist voll. Okay, äh, ach, scheiße. Ich brauch... Okay, ähm... Ich guck mal schnell nach dem Bienchen nach. Oh, das ist sehr gut. Äh, okay, Platz. Ich brauch Painted Closed Home. Ich muss noch was bauen. Ist eigentlich doch Dungeon überirdisch oder bloß unterirdisch? Dungeon ist eigentlich nur unterirdisch. Wollen wir uns die nächste Folge mal auf der Suche nach ein paar Dörfer machen? Äh, können wir... Können wir machen. Oder, oder eben halt mal so eine Folge mit, 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 mit... Lucky Blocks? Wollen wir es oder so mal machen? Äh, ja. Ja, aber können wir gerne tun. Ähm... Wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen... Äh, äh... 4K... Ich brauch erst mal Essen. Ich brauch erst mal Essen. Oh Gott, haben wir doch 5, 4. Äh... 4K... Ach, weg damit. Erstmal wieder ein bisschen Platz im E-System. Gut, ich brauch grad Fleisch. Und das nicht grad sehr wenig. Äh, die Schneebälle brauchen wir ja noch, ne? Grüß-Jerum-Gelumbe. Okay. So, aber das war's. Ich bin schon wieder mal überlegen. Och, ich pass auch nie auf ohne Witz. Schon wieder bei Überlänge? Ja, ja. Jedenfalls... Ach nee, du bist ja damit abmoderieren. Ich bin damit abmoderieren, genau. Dann weil du ja anmoderiert hast. Ja, zumindest in der ersten Folge. Ähm... Also Leute, ähm... Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ähm... Würde uns in Sicherheit freuen. Ähm... Ja, äh, Däumchen nach oben. Gerne auch Kommentare, Anregungen. Äh, wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt... Ideen. Ideen. Genau, damit uns nicht langweilig wird, brauchen wir Ideen. Ähm... Äh, ihr habt mich rausgebracht. Äh, 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 wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abonnement. Ähm, schaut beim Nekro vorbei. Haut rein. Tschüss, Elü. Wir sehen.